Moin Moin von der Okina. Sicherlich wartet ihr schon wieder auf eine neue Folge von uns und vielleicht sogar auch die erlösende Botschaft, dass wir endlich wieder im Wasser sind und schwimmen. Leider müssen wir euch desbezüglich noch ein bisschen um Geduld bitten, denn wir sind ein bisschen vom Pech verfolgt. Die vergangene Woche lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ein bisschen vom Pech verfolgt ist gut eigentlich. Läuft schon die ganze Zeit nicht so, wie es soll. Ja, also ihr wisst ja, dass unsere Drohne abgestürzt ist durch meinen Fehler und dann hat sich auch unsere Spiegelreflexkamera verabschiedet. Die ist auf das Objektiv gefallen. Da ist jetzt auch überhaupt nichts mehr zu machen. Das Objektiv ist komplett zerbrochen. Ja, das ist hinüber. Und zu guter Letzt ist auch unsere Kamera, unser Kamera-Handy, mit dem wir die meisten Aufnahmen gemacht haben. Vom Freibord geflogen durch eine Wimpel und auch im Eimer. Das ist jetzt gerade in der Werkstatt. Von daher nehmen wir dieses Video jetzt hier mit dem letzten Handy aus, das wir noch gefunden haben. Und wenn das dann alles wieder läuft, dann sind wir auch wieder in der Lage, vernünftige Videos zu produzieren. Außerdem ist einfach jetzt der Endspur im Trockendock angesagt und wir haben auch überhaupt keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Von daher melden wir uns, wenn wir alles fertig haben und machen dann wahrscheinlich sogar noch zwei Teile, weil es gibt unglaublich viel zu erzählen. Ja, definitiv. In diesem Sinne, wenn ihr mehr Infos haben wollt zu uns und was hier gerade so abgeht und was hier in Videos nicht gezeigt wird, meldet euch für die digitale Crew. Den Link findet ihr unter diesem Video. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wisst ihr, wie das geht über Patreon oder die YouTube-Funktion. Ansonsten wünschen wir euch erstmal noch ein paar schöne Tage. Wir melden uns ganz bald wieder, wenn wir die Zeit haben, Videos zu schneiden und euch zu unterhalten. Und wieder Kameras haben. Und wieder Kameras machen. Ja, genau. Okay, in diesem Sinne, bis dann. Ciao. Bis dann. 1 1 2 5 4 5 6 5 Untertitelung des ZDF, 2020